So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Eigentlich habe ich gesagt, am Dienstag gibt es ein neues Gewinnspiel, weil die Gewinnspiele ja eigentlich immer am Dienstag kommen sollen. Man soll dann eine Woche Zeit haben, um mitzumachen, sodass dann am Montag die Woche darauf immer ausgelost wird bei Chill mit Ramses im Livestream. Stream ab 20 Uhr, Verlosung immer 21 Uhr. Jetzt kam Montagabend natürlich die neuen News fürs Wochenende, dass es am Wochenende eben vier zusätzliche Spotlightstunden gibt. Freitag, Samstag, Sonntag, Montag und vier zusätzliche Raidstunden. Freitag, Samstag, Sonntag, Montag. Ich möchte nochmal kurz darauf hinweisen. Die Spotlightstunden Freitag bis Montag von 12 bis 13 Uhr. Ihr bekommt am Freitag Radfratz. Okay. Ihr bekommt am Samstag Zobiris, was richtig genial ist, weil ein Zobiris gibt 750 Staub. Ihr bekommt am Sonntag Pikachu. Okay. Und ihr bekommt am Montag Tarnhell. Tarnhell einfach das Beste. Aber am Montag hätten die das nicht Sonntag hinpacken können. Alle hätten sich gefreut. Da XL sammeln ist natürlich eine feine Sache. Lauter Metacross auf 50 ziehen, ein gutes bekommen, sonst was. Ein Shiny vielleicht noch mitnehmen. Bei den Raidstunden habe ich ja schon angekündigt, werde ich an allen vier Tagen eine Raidmania abhalten. Raidmania ist das, was wir am Mittwoch immer machen, wo ihr einladen könnt, wenn ihr mit mir befreundet seid. Raidmania Punkte sammeln könnt. Das sind auch die letzten vier Raidmanias dann. In diesem Monat, dann wird wieder zusammengezählt. Und weil Aluhut die letzte gewonnen hat, seht ihr hier sein Porrenda, was diese Folge ziert. Weil uns das jetzt einen Monat in den Infofolgen begleitet hat. Und auch bei der Raidmania als Maskottchen. Also der Gewinner wird auch wieder den nächsten Monat sein Pokémon-Maskottchen mir schicken. Und das wird den Kanal begleiten. Aber bis das jeder verstanden hat, kommen ja immer wieder neue Leute, die nicht wissen, was das sein soll. So. Weil wir also Dienstag das große Infovideo darüber gemacht haben, konnte ich kein Gewinnspielvideo machen. Ich möchte aber jetzt ein Gewinnspielvideo machen. Ich möchte euch zeigen, um was es jetzt geht. Dann erkläre ich euch gleich, was ihr auch machen müsst. Erstmal gebe ich hier meine Suchleiste ein. Da habe ich nämlich Shellast, Panflam, Panflam, Plinfa und vier Sterne. Ich will jetzt nicht damit angeben, dass das Hunder da sind. Ich wollte einfach nur übersichtlich, dass halt genau einfach nur die drei sind. Dann hätte ich die vier Sterne nicht. Da hättet ihr 20 Shellast da gehabt. Mit Mützen, ohne Mützen, Shinies so. Und irgendwann wäre Panflam und Plinfa auch gekommen. Also, es geht um Shellast, ja. Es geht um Panflam und es geht um... Toll. Und es geht um Plinfa, genau. Den hier mit der weißen Mütze, das ist auch ein Hunder da, aber... Den brauchen wir eigentlich nicht. Der kann eigentlich weg. Den verschickt man jetzt mal. So! So sieht es doch viel übersichtlicher aus, wenn erst mal das 100%ige Shellast mit der weißen Mütze weg ist. Wie ihr alle wisst, ist ja jetzt strahlender Diamant und leuchtende Perle erschienen für die Nintendo Switch. Die Leute stürzen sich da drauf, die Leute haben Bock gehabt. Deswegen ist auch gerade das Event gewesen noch, ja. Wo es eben die drei Starter gab mit der roten Mütze als Shiny. Und dann zwei Tage später mit der weißen Mütze als Shiny in der Wildnis. Die jeweiligen anderen, also das mit der weißen war in den Feldforschungen, als das mit der roten in der Wildnis war. Und dann andersrum, während das weiße in der Wildnis war, war das mit der roten Mütze in der Forschung. Ich weiß jetzt nicht, wer von euch das Event ausgiebig gespielt hat, wer alles bekommen hat. Alle drei gab es als Shiny, eben mit zwei verschiedenen Mützen. Und ich wollte jetzt verlosen. Ein Shellast mit einer weißen Mütze und mit einer roten Mütze als Shiny. Ein Panflam mit weiß und rot als Shiny. Ein Plinfa mit weiß und rot als Shiny. Erstmal, was ihr tun müsst, um mitzumachen. Ich werde euch die auch gleich noch zeigen. Und ihr werdet auch gleich die Hashtags bekommen, die immer wichtig sind. Wer schon ein Gewinnspiel von uns gesehen hat, weiß, wie das abgeht. Ich denke mal, das wird auch relativ dann günstig für mich sein. Es sind ja alles drei Sea Day Pokémon, die eben einen Sea Day hatten. Also einen Community Day, wo eigentlich jeder, der ein bisschen aktiv spielt oder nicht erst gestern angefangen hat, alle drei auch als Shiny haben müsste, normal, nur halt vielleicht jetzt mit Mütze keins bekommen hat. Deswegen verlose ich auch immer so gern Pikachus, weil Pikachu ja schon immer in jedem Event dabei ist, gefühlt. Und wenn dann einer einen Shiny Pikachu hat und eins mit einer Mütze kriegt als Shiny, ist das einfach mega günstig zum rübertauschen. Und dann passt das. Wenn jemand das noch nicht hat, noch gar keinen Eintrag und eins mit Mütze gewinnt, müsste man natürlich wieder sich anfreuen, müsste leveln, dass man vielleicht bei drei Sterne für 80.000 Staub tauscht oder bei vier Sterne für 40.000, aber eine Million gebe ich dafür nicht aus. Vor allem, es sind ja dann, werden ja sechs Millionen. Meistens die, die das nicht haben, die haben auch keine Million. Meistens sind das neue Spieler, die die Shinies dann nicht haben und die haben auch nicht so viel Stau. So. Ihr müsst, wie immer, einen Kommentar unter das Video schreiben. In diesem Kommentar schreibt ihr bitte euren Trainernamen, euren Trainercode. Das brauche ich, um wirklich zu sehen, dass ihr ihr seid. Und ich muss euch ja dann eh adden wahrscheinlich. Also ist das gut, wenn ich gleich den Trainercode bei dem Gewinner mit beistehen habe. Und den Trainernamen, ja. Das ist also immer das Wichtigste. Einen Kommentar drunter schreiben, wo euer Trainername und euer Trainercode dabei steht. Dann könnt ihr ein kurzes Feedback schreiben, kurzen Infotext vielleicht, wie euch das Event gefallen hat. Ob ihr euch strahlende Perle oder Diamant geholt habt oder holen werdet oder ob ihr die alten Spiele gespielt habt. Irgendwas Schönes, was halt dazu dem Event passt. Ist jetzt aber nicht unbedingt muss. Vielleicht könnt ihr auch sagen, welche ihr alle bekommen habt im Event von diesen kostümierten Shinies oder welche euch noch fehlen. Und dann kommt das Wichtigste. Denn genau die, die euch fehlen oder die, die ihr braucht, müsst ihr als Hashtag dann unten drunter schreiben. Und die haben bestimmte Namen. Dazu kommen wir jetzt. Dafür habe ich mir sogar hier Tags angelegt. Extra einen Tag mit Gewinnspiel. Und da haben wir alle da. Und wir werden am Montag, ich sage es nochmal, Auflösung von diesem Gewinnspiel ist also am Montag bei Chill mit Ramses. Das geht 20 Uhr los. Und die Auslosung ist um 21 Uhr. Bitte, wer da mitmacht und gewinnen möchte, 21 Uhr auch anwesend sein, weil wir dann immer gucken, wenn einer gezogen wurde, ist der da und dann passt das. Wir haben schon so viel mit Fake-Accounts zu tun gehabt, dass das dann nicht gepasst hat, dass einer gesehen hat, oh der Name hat gewonnen, der ist nicht da, hat sich schnell einen Account gemacht, bei Insta hat mich angeschrieben, hat den Namen gehabt von demjenigen und dann... Leute sind einfach, naja, okay. Wir werden das so auslosen, wie die auch da sind. Wir werden also zuerst Shellast verlosen, wir werden dann Panflam verlosen und wir werden dann Plinfa verlosen. In dieser Reihenfolge mit den roten Hüden, weil die mit den roten Hüden ja zuerst in der Wildnis waren und dann noch eine Runde, wieder alle drei, aber mit den weißen Hüden. Wenn euch ein Shellast fehlt mit einer roten Mütze als Shiny, dann macht einen Hashtag Shellred in die Kommentare. Bei eurem Kommentar, den ihr sowieso schreibt, es ist, ich brauche einen einzelnen Kommentar von euch, ja, mit Trainer-Code, Trainer-Name, eurem Text und diesen Hashtags. Wenn ihr sagt, ach Shell, das Rode, das habe ich, das brauche ich nicht, ist mir komplett egal, dann lasst den Hashtag weg. Wenn ihr sagt, das habe ich nicht, das brauche ich, packt den Hashtag rein. Hashtag Shellred. Achtet bitte auch auf die Schreibweise, ja, das Red ist am Anfang nochmal groß, das ist wichtig. Bitte so, wie es da steht, Shellred. Ihr könnt natürlich, selbst wenn ihr das habt, mitmachen und das gewinnen, dann könnt ihr vielleicht das behalten, was ihr von mir kriegt und das, was ihr habt, könnt ihr irgendwelchen anderen Leuten mal anbieten, irgendwann für einen Tausch. Also ihr dürft auch, wenn ihr die habt, mitmachen. Wenn ihr Glück habt, habt ihr halt Glück. Wer aber sagt, ach Quatsch, ich lasse den anderen den Vortritt, feine Sache. Zuerst also Shellred. Ja, wer das braucht, das Shellast mit dem roten Mützchen, Shellred. Dann kommen wir zu Panflam. Wer dieses braucht, schreibt einen weiteren Hashtag, nämlich mit nicht Panret, sondern Panfret. Fand ich lustig, weil das sieht aus wie Manfred. Guck, Panfret. Deswegen habe ich nicht Panret genommen, sondern Panfret, weil es wie Manfred aussieht. Also wenn ihr das braucht, schreibt Panfret in die Kommentare. Und wenn ihr ein Plinfer braucht, dann schreibt halt Plinfret. Nicht Plinret, sondern Plinfret. Das müsste eigentlich alles verständlich sein. Wenn wir die roten durch haben und haben drei Gewinner, die die roten bekommen, machen wir mit den weißen Weidern und fangen dann wieder hier an mit Shellwhite. Also Hashtag Shellwhite. Wenn ihr ein weißes, also mit einer weißen Mütze Shellast braucht, Shellwhite. Oh mein Gott, ich komme mir so total doof vor. Dann geht es weiter natürlich mit Panwhite. Ja, nicht Panfwhite, sondern Panwhite, weil ein FW hintereinander ist total komisch zum Aussprechen. Also, wer das noch braucht, schreibt Panwhite als Hashtag in die Kommentare bei eurem Kommentar, den ihr schreibt. Es zählt eh nur ein Kommentar von euch. Wenn jetzt jemand sechs Kommentare macht und jedes Mal den einzelnen Hashtag, der Bot sortiert das aus und zählt nur einen einzigen. Also ihr habt dann nur die Chance auf das eine und nicht auf alle. Also seid schlau, hört zu, macht wirklich das, was ihr machen sollt. Und am Ende haben wir natürlich noch Plinwhite. Übelste Boss, guckt euch den an. Plinwhite ist das sechste Pokémon. Das könnt ihr auch gewinnen. Die werden alle von mir getauscht. Ihr könnt also dann, habt ihr da stehen, getauscht. Durch Tausche halten von Ramses, der Digge. Ja, da kann man auch sagen, oh guck mal, der Ramses hat mal mit mir, das schmeiß ich gleich weg. Plinwhite steht also auch da. Also nochmal, schreibt einen Kommentar mit eurem, äh, mit eurem Trainernamen, eurem Trainercode, vielleicht einen kleinen Infotext, ob ihr Perle oder Diamant spielt oder ob ihr euch das holen wollt oder ob ihr die Originale gespielt habt. Und wie ihr das Event so fandet, äh, eure Meinung überhaupt über diese ganzen kustomierten Dings. Ihr könnt so viel schreiben und da lassen. Und macht die Hashtags von den Pokémon rein, die ihr sucht, die ihr braucht, die ihr gewinnen wollt. Shellred, Panfred, Plinfred, Shellwhite, Panwhite, Plinwhite. Das Ganze wird, wie gesagt, am Montag 20 Uhr bei Chill mit Ramses ausgelost, beziehungsweise die Verlosung findet dann 21 Uhr statt. Man kann ja schon mal rein, ne, und dann kann man wieder gehen, wenn man nichts gewonnen hat. Das war's jetzt von meiner Seite aus. Äh, wir sehen uns theoretisch heute Abend wieder bei Mega-Schlapp-Ora-Rates für Zuschauer. Da wird wahrscheinlich nicht wirklich was los sein, aber es gibt halt immer noch ein, zwei Leute, die da unbedingt Mega-Energie brauchen. Und denen möchte ich heute Abend noch die Möglichkeit bieten, dass da vielleicht die Reste zusammenkommen. Das war's von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Habt ihr auch einen Hunder da mit Mütze? Dann, ha, ich nicht mehr. Ciao.